Hallo, ich bin Amata Bayerl und habe den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin. Ich war fast 20 Jahre im Kloster, eine total wertvolle, wichtige Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Und als ich ausgetreten bin, habe ich erst eine Anstellung gehabt, habe mich dann selbstständig gemacht, weiß, was es heißt, auch selbstunständig zu arbeiten, mit einer schönen Aufgabe, und bin dann allerdings gesundheitlich mal drei Monate ausfallen. Das war der Punkt, wo ich entdecken durfte, wie wichtig es ist, ein residuales, ein wiederkehrendes Einkommen zu haben. Und heute bin ich als Unternehmerin so, dass ich auf Weltreise gehe, bin jetzt ein Jahr unterwegs auf Weltreise, und trotzdem ein gutes fünfstelliges Monatseinkommen habe. Und deswegen begleite ich heute Frauen, vor allem Selbstständige und Unternehmerinnen, wie sie ein erfülltes Leben haben können, also ein glückliches, gesundes, mit Zeit für die Dinge, die ihnen wichtig sind, und auch ein residuales Einkommen, wie sie sich aufbauen können, damit sie finanziell frei sind und frei entscheiden können. Dazu braucht es in meinen Augen zwei ganz wesentliche Punkte. Und das eine ist wirklich das Mindset, diese Grundeinstellung, damit ich Erfüllung, Glück, Lebensfreude, Lebensqualität, Geld in mein Leben ziehe und es behalte. Und zum anderen braucht es eine ganz klare Struktur, wie du für dich ein residuales Einkommen aufbauen kannst, individuell passend für dich. Wenn du sagst, ja, das ist für mich interessant, dann melde dich gern zu einem kostenfreien Strategiegespräch. Dann schauen wir einfach, ob wir zusammenpassen, ob ich dir die Wege auch zeigen kann, die für dich passen, damit du deine Träume und Ziele und Wünsche verwerklingen kannst. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.